Okay, Leute, es geht weiter. Boah, komm. Ich weiß jetzt, wie man das schafft. Komm, schneller, schneller, schneller. Meine Zeit. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Meine verfickte Zeit kommt jetzt. Und so, schneller, weiter, 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 weiter. Komm. Ach, scheiß drauf. Schneller. Ach, kack drauf. Komm. Okay, komm, weiter, weiter, weiter. Getroffen. Jetzt noch einmal, komm. Komm, das schaffe ich noch in der Zeit. Ja, fick dich, ihr Geister. Geschafft, ey, geschafft. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Hola, Dekal. Und es geht weiter. Komm, schnell. Zur ersten Sternenwelt. Speichern. Okay. Dün, 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 dün. Wir machen hier mal weiter. Ähm, aussteigen, wir diese Dings hier haben. Komm, ich fliege jetzt einfach die Runde hier durch. Komm, flieg, wir fliegen einfach hier weiter. Und, weiter fliegen. Weiter fliegen. Hier gibt's sowieso nichts zu tun. Weiter. Okay. Dün, dün, dün. Verdammt. Wir machen Joshi. Okay, geknaut. Äh, geschafft, meine ich. Und. 21. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Dün. Geschafft. Locker geschafft. Die nächste Welt bitte. Donut Ebene 2. Ach, das ist ein Scrolling Level, aber einer der einfachen Art. Warte. Mann, Joshi. Mann, Joshi. Wo ist der? Ich will den haben. Der ist wichtig. Komm her, komm her. Geschafft. Dich fresse ich auf. Ich habe sowieso Hunger. Komm her. Geschafft. Meine Feder. Komm, der Gegner, komm, der Gegner, komm, der Gegner, komm, der Gegner. Okay, nichts. Erst gehe ich mal zu diesem grünen Palast, äh, grünen Schalter. Okay, gefressen. Warte, hier kommen da nicht viel Leder. Ach, ich wusste es doch. Noch eine. Komm. War das nicht hier? Nein, das war, das war höher. Hier. Dün, 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 dün. Okay. Hier war irgendwo ein Leder. Geschafft. Ja, locker geschafft. Gut, gut. Ich will in diesem Part auch sehr viel schaffen. Dün, 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 dün. Ach, um die kümmere ich mich nicht. Hier, Feuer. Die bringen sowieso nichts auf sein Leben. Dün, 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 dün. Dün, 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 dün. Und geschafft. Schalterpalast. Der Schalter, den du gedrückt hast, verwandelt sich in das da. Okay. Damn. 22 Leben. Speichern weiter. So. Let's go. Dün, 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 dün. Alles wiederholen. Scheiße, warum hab ich den Pilz genommen? Egal, komm. Warte, soll ich euch jetzt auch mal zwei Parts machen? Zwei Videos? Hm, gucken wir mal, wie die Stimmung so ist. Gucken wir mal, wie die Stimmung einfach so ist. Und dann, vielleicht auch ein Part. Ich war mit, ähm, meine Stimme. Super Mario Advance 4 weitermachen. Ich glaub, mit dem Projekt werde ich auch schnell fertig. Dann haben wir Super Mario 3, äh, na, Super Mario Advance 3. Wir alle Mario-Teile haben. Dün, 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 dün. Und dann kommt Super Mario und die anderen Teile. Also Mario und Luigi Partner durch die Zeit. Dann hat Bowser Inside Story. Ach, Kacke. Warte, der ist irgendwo da unten. Ich wusste es doch. Okay. So. Kommt da nicht noch eine Filetermaus? Lass mich durch. Dankeschön. Beil dich. Beil dich, beil dich. Oh, das war knapp. Meins, meins. Scheiße, ihr wollt das noch fressen. Meins. Noch eine Filetermaus? So. Okay, irgendwie noch geschafft, ihn zu töten. Warte, was kam? Irgendwas Böses war da, oder nicht? Irgendwas Hinterhältiges. Warte, irgendwas kam da. Ich wusste es doch. Das war das Hinterhältige an dieser Sache. Verdammt. Hier war doch eine Einkerbung. Ach, hier ist die. Gut. Dün, dün. Dün, 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 dün. Habe ich alle Münzen gesammelt? Ich habe niemanden darauf so geachtet. Und. Hä? Okay, da geht. Joshi, komm her. Gutes Tier. Gutes Tier. Sehr, sehr gut. Dün, dün, dün. Dün, 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 dün. Dün. Juhu. Super. Ach, die schreibe ich auch noch schnell. Also diesen Bonus-Dings da, was da gibt's. Den kann ich ja schnell holen. Das ist ja nicht so schlimm. Und. Ja. Das war damit schnell. Was zur Hölle? Okay, dann mach ich das einfach nur mal jetzt. Ach, die gönnen mir auch nichts. Komm. Okay, kann ich nicht zerstören. Dün, 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 dün. So war das der Trick, okay. Weiter. Ich hab nicht alle Münzen gesammelt, oder? Hab nicht. Egal. 27. Dün, 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 dün. Dün. Wie viele Minuten hab ich eigentlich schon? Gucken wir gleich mal nach. Dün, 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 dün. Sieben Minuten, Leute, haben wir bisher. Okay, ich brauch eine Feder. Da? Ja, ich brauch eine Feder. Dün, 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 dün. Abspringen. So. Äh, Speichernblenden. Singleplayer. Ja, mach mal schneller, schneller. Deutsch, ja, so. Okay, so schnell kann man das auch holen. Dankeschön. Dün, 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 dün. Wenn ich aber jetzt nochmal reinkacke, dann bin ich wütend. Du fick dich ins Knie, du... Ach, ich bring mich um. Das hat keinen Sinn mit dem. Das hat keinen Sinn. Boah, so eine Kacke. Komm, wir machen das normale hier. So, dankeschön. Just what I needed. Dün, 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 dün. Die Musik ist toll, die motiviert mich doch so. Okay, die Blume will ich haben. Ich glaube, ich nehme gleich die Abkürzung. Da oben. Komm, mach mal schneller. Ich habe doch nicht so viel Zeit. Dün, 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 dün. Ich scheiß auf euch. Sehr, sehr gut. Ich lande mal neben ihn. Und friss ihn auf. So schnell ging es. Das war mal ein Fisch. Boah. Verdammt. Okay, er läuft in Zeitlupe. Die sind ja so schlimm. So. Boah, das war knapp. Verdammt. Du eckliger Fisch. Bist dämlich. Und. Gut so. Verdammt. Das war knapp. Egal. Fahr zur Hölle. Ha. Aus dir wurde eine Münze. Dün, 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 dün. Geschafft. Das war sehr, sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Bonus Game. Ach, komm. Jetzt habe ich bestimmt alles nur Blumen. So. Jetzt noch ein paar Pilze dazu auch noch. Hä? Wieso treffe ich die nicht? Noch ein Pilz. Komm. Ja, so. Ey. Drei Stück. 26. Und so. Dün, 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 dün. Sehr, 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 sehr gut. Aber diese Scheiße will ich schaffen. Dün, dün, dün. Ach, ich mache einfach das hier. Ich mache hier diese Welten. Oder diese eine Welt. Donut, Ritzel, zwei. Das war ein Eislevel. Was haben die jetzt hier zu sagen? Tipp für die Touristen. Die Richtung der Münzen, die manche Blöcke nach den Anstoßen ausgeben, kannst du mit Hilfe... Ah, ja, schön. Joshi-Münze. Hä? Muss ich den nehmen? Ich nehme ihn nicht. Ich nehme einen anderen Weg. Der für mich richtig erscheint. Hier gibt es auch keinen Spezialweg, deswegen... Okay, ist ja knapp. Ähm... So. So. Dün, 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 dün. Okay, das war schnell. Das war schnell, Leute. Geschafft. Dün, 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 dün. Damn. Sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir anderen Rohr raus und gehen hier hoch. Aber ich will dieses scheiß Bonuslevel haben. Ach, das mache ich gleich. Let's go. So. Ein Feder. Die kann mir sehr gelegen. Komm her. Dankeschön. Ich habe da eine Idee. Komm, ihr macht einfach mal so. Und, wo komme ich? Verdammt. Kacke. Scheiße, scheiße. Mein Joshi ist weg. Verdammt. Dün, 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 dün. Wartet. Okay. Ich brauche... Ich brauche jetzt diese Feder... Äh, diesen Bonus. Äh, speichern weiter. Äh, zurück. Ich habe es denn gleich so gemacht. Verdammt. Komm, ich will jetzt diese scheiß Bonuslevel haben. Ihr könnt mich doch... Ich könnte mich die ganze Zeit hier verarschen. Oh, das war knapp. Egal, jetzt sind wir durch. Mein Leben Und so und so Komm weiter Und rein mit uns Und 27 Sehr sehr gut Bonus Level auch geschafft Top Secret Ebene Speichern weiter Hier kann man ja sowieso alles wiederholen Ich will keine Blumen mehr Ich will lieber Federn Und hier raus Ich fliege einfach rüber Ich will mit diesem Projekt auch nicht so lange verfassen Befassen Hä wo Joshi Sag jetzt nicht Er ist runtergefallen Na Vollpfosten So ein Fettkopf Joshi Ist schön auf alles Okay seht ihr Leute Das sind die Künste eines Kauschians Ja das waren die Künste eines Kauschians Komm jetzt Einfach rüberfliegen Ach leck mich doch am Sack Hier komm so Wir gehen da Wir machen einfach die altmodische Art Wenn die es unbedingt so wollen Und mich einfach in Ruhe lassen wollen Ach leck mich mal Hier rein Bonus Level Wieder Okay reingekackt Ach wieder reingekackt Ach endlich Ach leck Das Level hätte ich gut gebrochen können Ach leck mich am Sack Lecke mich am Sack Sehr sehr gut Sehr 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 gut Geschafft Wir können zum Boss Nein noch nicht Wir gehen aber trotzdem erstmal zurück Zur Top Secret Ebene Ganz Top Secret Und so Und Noch eine Feder Und so Und raus Und Zur nächsten Ebene Und dann zum Boss Und dann beende ich den Part auch noch Ich glaube in jedem Part Will ich den Boss alles besiegen Ach scheiße Das war so ein dämlicher Hier gibt es kein Bonus Level Also Fliege ich rüber Denn denn Oh Scheiße 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 Denn 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 Okay Ähm Wo bin ich? Ach du heilige Kack Hab ich so viel übersprungen? Denn 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 Ja Leute So schnell kann man es auch machen Mit Sheeten So schnell kann man das auch machen mit Sheeten Den denn 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 Den denn 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 Den denn 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 Also habt ihr Ihr habt in diesem Level nur Mich fliegen gesehen Das war alles Ich weiß gar nicht wie das hieß jetzt Martin Irgendwas hieß er Ach komm, waren das diese Viecher, okay Okay Okay, nicht getroffen, okay Kommt nicht diese komischen Wumpums Oder wie die heißen Komm mal Schneller Knapp vorbei Ist auch vorbei Hast du eine Hülle Ich will das hier haben Warte, komm jetzt nicht diese komischen Ach, ich wusste es doch Ich wusste es doch Komm weiter Komm, ich verschwinde, mich sieht keiner Oh, komm Ich kann fliegen So, kann man auch machen Ich gebe so eine Feder Und so Komm, so dann Wenn ihr es unbedingt so wollt Er wird es mich verarschen Wird es mich verarschen Lecke mich am Sack Okay, ich bin einfach ein bisschen zu voreilig Komm hier rüber So, danke schön Warte, das war der korrekte Weg, oder? Das andere kommt sowieso zum Münzen Die ich nicht so brauche Komm, beeil dich Beeil dich, danke schön So 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 Hä, komm Okay, so Beeil dich, beeil dich Ich hab gar nicht Bock auf dich Hä? Achso Verdammt Okay, wir machen das einfach so Ja, Leute Ich bin schlau Dinn, dinn Ball dich, ball dich Ach, fick dich doch ins Knie Hier, ich will die Feder haben Dankeschön Jetzt kommt dieser komische Boss Wo man dreimal auf seinen Kopf springen muss So Ich wollte nicht mehr eine Gelegenheit angeben Mich anzugreifen, aber Achso, tot Dinn, 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 dinn Dinn, 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 yeah Geschafft Weiter Weiter Oh Thank you very much Okay, sowas will ich auch können. Morten Krupper, Junior, aus der Festung Nummer 2 gehört nun der Vergangenheit an. Der unterirdische Vanilleturm liegt jetzt voraus. Welche Gefahren erwarten Mario und Luigi dort und wie geht es der armen Prinzessin Todston? Hm, ich weiß es nicht. Juhu, Mortens Festung. Und hier sehen wir uns das nächste Mal, Leute. Ciao. Ciao.